Jasper Tudor, Duke of Bedford K.G. war der Onkel von König Heinrich VII., von England, Leben. Jasper war der zweite Sohn von O.Tudor und der früheren Königin Katharine D. Valois, Witwe von König Heinrich V., er war der Halbbruder von Heinrich VI., der Jasper 1452 oder 1453 zum Earl of Pembroke machte. Jasper war ein Abenteurer mit einer beträchtlichen militärischen Sachkenntnis, die er in den Anfängen der Rosenkriege erworben hatte. Nach seiner Niederlage bei der Schlacht von Mortheimers Cross gegen Edward Earl of March blieb er in Kontakt mit Margarete von Anjou, der Frau von Heinrich VI., als sie für die Wiedergewinnung des Erbes ihres Sohnes kämpfte und er hielt den Ballkassel für das Haus Lancaster. Jasper Tudor erzog auch seinen Neffen Heinrich, den späteren Heinrich VII., bis 1461. Danach wurde dessen Aufsicht von William Herbert übernommen. Nach der Wiederkehr des Königs Eduard IV., aus dem Haus York im Jahr 1471 nahm Jasper den jugendlichen Heinrich mit ins Exil in die Britannie. Dank ihm erwarb Heinrich das taktische Wissen, das den späteren Sieg über Richard III., in der Schlacht von Bosworth Field möglich machte. Nach Heinrichs Thronbesteigung im Jahr 1485 erhielt Jasper alle früheren Titel, auch den des Ritters des Hosenbandordens, zurück. Er wurde zum Duke of Bedford ernannt. 1488 nahm er Cardiff-Kassel ein. Tudor starb im Dezember 1495 und wurde in der Kinsham Abbey in Somerset begraben. Heirat und Kinder Jasper heiratete am 7. November 1485 Katharine Woodville Katharine war die Tochter von Richard Woodville, Earl Rivers und Jakita von Luxemburg. Sie war die Schwester von Elisabeth Woodville, Anthony Woodville, Earl Rivers und Richard Woodville, Earl Rivers und auch die Witwin von Henry Stafford, Duke of Buckingham. Jasper und Katharine hatten möglicherweise einen frühgeborenen Sohn. Katharine überlebte Jasper und heiratete später Sir Richard Wingfield von Kimbulten-Kassel. Der Überlieferung nach hatte Jasper zwei illegitime Töchter. Helen Tudor, Ehefrau eines Stoffhändlers, der entweder als William oder John Gardiner bekannt ist und Mutter von Stephan Gardiner, Bischof von Winchester. Joan Tudor, Ehefrau von William A. P. Ewan und überlieferte Mutter von Morgan A. P. Williams. Morgen wurde später mit Katharine Cromwell, einer älteren Schwester des Tudor-Staatsmanns Thomas Cromwell, Earl of Essex, verheiratet. Sie waren in der vierten Generation Vorfahren von Oliver Cromwell.